Willkommen in der Smart-Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Hochdruckrinniger im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz haben wir der Wilks USA TX 750 E-Benzin. Dieser robuste Hochdruckrinniger hat einen Viertaktmotor mit 8 PS und 210 Kubikzentimeter und arbeitet mit einem vergleichsweise hohen Wasserdruck von nicht weniger als 272 Bar. Das Gerät ist schnell einsatzbereit und eignet sich perfekt für Reinigungsarbeiten auf großen Flächen. Der Preis ist dementsprechend, aber er hält, was er verspricht, und umfasst neben einer 12-monatigen Garantie auch kostenlosen technischen Support. Das Gerät wird mit Benzin betrieben und ist daher weniger umweltfreundlich als andere Maschinen, aber es ist leistungsfähiger als die meisten anderen Versionen, so dass die Reinigungsaufgaben schneller und effektiver erledigt werden können. Das Gerät ist relativ erschwinglich und kann zur Reinigung von Fahrzeugen, Motorrädern, Fahrrädern, Einfahrten, Terrassen, Häusern, Flasterstellen und anderen Oberflächen mit einem Wasserschlauch im Garten verwendet werden. Um zu Nummer 4, haben wir der Bosch Home Endgarten. Dieses Bosch Gerät hat einen Wasserdruck von 140 Bar und kann mit jedem Reinigungsmittel verwendet werden, da man nicht wie bei anderen Geräten an eine bestimmte Kartusche gebunden ist. Das Gerät hat robuste, gummierte Räder, ist gut verarbeitet, aber etwas schwerer als der Durchschnitt und hat eine respektable Reinigungslöstung, die Teller, Möbel, Wände und mehr schnell reinigt. Obwohl das Gerät nicht besonders leise ist, kann es über einen längeren Zeitraum verwendet werden und ist preisgünstig. Im Lieferumfang ist außerdem eine Vielzahl von Zubehör enthalten. Dazu gehören ein Wasserfilter, ein Reinigungsmittelspender und drei Lanzen. Der Hochdruckschlauch lässt sich kaum verdrehen, was bei der Verwendung des Strahlreinigers sehr angenehm ist und das Gerät verfügt über einen recht langen Stromanschluss, der am Gerät aufgewickelt werden kann. Auf Play haben wir der Kärcher Hochdruckreiniger. Sie haben die Wahl, diesen Hochdruckreiniger ohne optionales Zubehör oder mit optionalem Zubehör zu kaufen. Ein Oberflächenreiniger ist, wie oben angegeben, im Lieferumfang enthalten. Der Hochdruckreiniger selbst ist preisgünstig und eignet sich hervorragend für schnelle, seltene Reinigungsarbeiten. Das Gerät ist klein und kompakt, kann relativ große Terrassen von bis zu 35 bis 40 Quadratmetern in einer Stunde reinigen, muss von Mauern entfernen und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist mehr als ausreichend für typische Verschmutzungen und hat einen Wasserdruckbericht von 10 bis 120 Bar. Aufgrund des Kunststoffgehäuses sieht er zwar nicht besonders attraktiv aus, ist aber wunderbar leise und recht komfortabel zu bedienen. Außerdem verfügt das Gerät über verlängerte Räder, die es unglaublich mobil machen. Um zu Nummer 2, haben wir der Bosch Home Endgarden Hochdruckreiniger. Der Bosch Easy Aquatac 120 ist ein eher leichtes, kleines Reinigungsgerät, das sich perfekt für kleinere Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof eignet. Er reicht beispielsweise aus, um schnell und effektiv Moos oder lästige Algen von Pflasterstähnen zu entfernen, Autos, Motorräder und Fahrräder zu waschen und Pflasterstähne zu reinigen. Bei der Verwendung des Geräts mit einem Eimer zum Ansaugen von Wasser ist der Geräuschpiegel zunächst etwas laut, wird aber schnell leiser, wenn sich der Druck stabilisiert. Das Gerät konnte mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen und bietet dank des umfangreichen Zubehörs vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Motor hat eine Leistung von 1500 W, der Wasserdruck beträgt 120 Bar, die maximale Durchflussmenge 350 L pro Stunde. Die Schlauchlänge beträgt ca. 5 M. Wir können das Produkt uneingeschränkt empfehlen. Und schließend Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Vox WG 629E 10 Akku. Der beste Hochdruckrinniger im Test war dieses Modell, denn es war der Testsieger der Serie. Mit einem Wasserdruck von 22 und 6,5 Bar eignet er sich perfekt für einfache Aufgaben wie das Reinigen von Autoschirben von Vogelkot oder das Schroben von schmutzigen Gummestiefeln. Das Gerät kann mit einem PET-Flaschenadapter verwendet werden und ist perfekt, wenn Sie nicht zu viel Leistung benötigen. Das Gerät ist wirklich einfach zu bedienen und eignet sich perfekt für alles, wofür man keinen Gartenschlauch auspacken möchte. Es hat vielseitige Anschlussmöglichkeiten und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kann sogar auf niedriger Stufe zum Bewässern von Pflanzen verwendet werden. Das Gerät selbst ist preiswert und wenn Sie die richtigen Aufsätze kaufen, lässt es sich leicht für größere Reinigungserfgaben aufrüsten, auch wenn das Batterieladegerät noch verbesserungswürdig sein könnte. Das Gerät hat eine Durchflussrate von 120er pro Stunde, ist leicht und tragbar und selbst ansaugend. Wie immer die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.